Hallo, Freunde in der analogen Unterhaltung. Es ist Dienstag und rechts neben mir sitzt der liebe Alex. Ich bin's, der Pete. Wir sind hier auf Hunter & Friends natürlich auch wieder unterwegs. A.K.A. Wir sind der Overboss. Wir sind der Endgegner. Genau, das spielen wir nämlich. An uns wird man vorbeikommen. Ihr seht's hinter uns schon. Overboss, das nächste Spiel von Mr. Melbourne und Mr. Russ, die Calico gemacht haben. Kevin Russ, ich glaube, Kevin Russ hat Calico alleine gemacht, nicht mit Melbourne zusammen. Ach so. Aber ist auch wurscht. Also heißt es auch nicht Melbourne, sondern Mess-Burn. Ja, genau. Wer lesen kann, ist klar im Vorzeichen. Ja, genau. Deswegen haben wir es euch auch nochmal eingeblendet. Namen sind ja immer so eine Sache. Genau, ich dachte auch so ein bisschen, weil Calico ist ja gerade auch so ein bisschen in aller Munde, jetzt ja auch neu aufgelegt worden. Und jetzt ist hier ein englischsprachiger Kickstarter bei uns eingedrückt. Also war auch auf Kickstarter jetzt hier die Retail-Version. Und ein bisschen Puzzly geht's weiter. Mal schauen, ob Kevin Russ hier überzeugen konnte oder... Also ein bisschen leichter auf jeden Fall, das, was ich so mitbekommen habe. Das ist doch irgendwie ein anderes Setting. Was für ein Setting haben wir denn? Du hast mir ja schon eine großartige Geschichte. Wir haben dieses Klassische, erst mal so... Das Klassische? Naja, ich meine so, die Grafiken, die man hier sieht, schaltet auch mal ein bisschen in die Top-Down. Kann man vielleicht so ein bisschen erkennen. Ist hier 8-Bit und es geht weiter mit einem Spiel, das kennt ihr vielleicht, ich glaube im Deutschen bei Pegasus-Spiele. Boss-Monster. Ja, so eine kleine... Ja, wo man hier so einen Dungeon bauen muss und dann ist der Held da durchgejumpt. Und jetzt haben halt quasi diese Evil-Overlords, diese Bosse, das Licht der Welt erblickt. Also die haben die ganzen Helden besiegt und kommen jetzt an die Oberfläche. Ja, sind jetzt jedenfalls nach oben gekaxelt und wir selber sind so ein Overboss. Seht ihr auch hier. Was für ein Overboss wir sind, verbirgt sich sogar unter dieser Karte, die wir bis jetzt noch nicht aufgedeckt haben. Und wir versuchen hier auf diesem Grid, 3x4 auf der Rückseite, ist sogar noch ein größerer Spielplan. Also wir spielen die etwas kürzere Variante. Versuchen wir halt unsere, ja, Over-Evil-Boss-Lordige Landschaft zu puzzeln. Mit Minions, auch mit Minibossen und, und, und. Und wer dann dadurch letztendlich, ja, die besten Landschaftsteile gemacht hat. Ja, das entscheidet die Scoring-Tabelle, welche Sachen am besten zusammenpassen. Ach, da gibt es also so ein Monster-Rad, der dann sagt, hier bist du die Vorgaben. Da gibt es dann halt so Sachen wie Wüsten müssen zusammenhängt und groß sein. Oder in einem Schloss muss halt mindestens ein Vampir sein, damit das Ganze sozusagen noch viel, viel furchtbarer ist. All die kleinen Details werdet ihr sicherlich dann mitbekommen, während wir spielen. Also in erster Linie puzzeln wir hier unser Grid voll mit Terrain-Teilen, die wir hier in einem Markt liegen haben. Und es wird immer ein Paar ausgesucht und zwar so ein großes Landschaftsplättchen mit einem kleinen Token dazu. Das können Monster sein oder hier Kristalle oder Portale. Was die genau machen, würde ich sagen, erklären wir, wenn wir es platzieren. Und ja, das muss hier also alles voll gepuzzelt werden. Wenn das voll ist, dann gibt es hier so einen Block. Und da seht ihr schon, da gibt es einige Spalten und Zeilen, die es dann auszufüllen gilt. Und wer dann die meisten Punkte hat, der ist ja, Evil ist der, der ist der größte von allen. Der hat die schönste Landschaft am Popolus gebaut. Block ist ja immer so eine Sache, es gilt hier einfach nur zum einfachen Werten. So kompliziert wie Calico sah es jetzt von den Regeln nicht aus. Ich habe es noch nicht gespielt, deswegen... Wir auch noch nicht. Also ich auch noch nicht. Wir auch noch nicht. Ja, wir beide. Na, ich und mein Evil-Bossmonster in mir. Also wir alle. Embrace your Bossmonster. Nee, bitte nicht. Wir spielen jetzt schon eine etwas erweiterte Version dieses Spiels. Ich muss dann doch mal den Goldrachen nehmen kurz. Ja, vielleicht. Es wird am Anfang immer fünf unterschiedliche Landschaftstypen ausgewählt und ein Dungeon-Standard-Landschaftsteil. Die werden hier in diesen ganzen Stacks einfach gemischt. Dann gibt es diese Marktauslage, wo halt immer vier Paare dort ausliegen. Und wir haben uns entschieden für die Camps, die Caves, Swamps, Castle und die Wüste. Deathers. Der Nachtisch also. Die scoren halt unterschiedlich, sagen wir, wenn wir das platzieren. Und dann haben wir noch so eine Overboss-Karte. Da gibt es auch so einen Stapel hier. Zwei haben wir am Anfang gezogen. Also haben uns davon schon mal eine ausgesucht. Und ich zeige euch jetzt mal, die wird jetzt hier geheim gehalten gegenüber den anderen Spielern. Das Ganze. Also er hält sie immerhin. Ja, kann man eins bis fünf Spieler spielen. Also es gibt hier auch so einen extra Solo-Sheet. Wir spielen es ja jetzt gesagt wie zu zweit. Und diese Karte sagt letztendlich, was wir für ein Overboss sind. Da gibt es einmal so eine Revealed-Fähigkeit und eine Sieg-Ende-Fähigkeit, was nochmal extra Scoring beeinflusst. Also nochmal in die Punktewertung mit eingeht. Und ja, ich weiß also nicht genau, was Peter für eine Karte hat. Eine Oberboss-Karte. Ja, eine Oberboss-Karte. Aber was ja genau. Ist er vielleicht ein Goldener Drache oder ein Skelett-Monster oder Lady mit... Nee, Skelett-Monster. So, der Lichter wäre ich ja gerne gewesen. Auch wenn ich nicht weiß, was er kann. Aber es sah lustig aus. Und das könnte also sein, dass im Verlauf des Spiels wir das aufdecken, um diesen Revealed-Effekt zu nutzen. Und dann weiß man natürlich, was der andere noch machen will. Ich weiß aber noch gar nicht so genau, ob man so aktiv eingehen kann, was der da puzzelt. Kann dir vielleicht mal rüberschielen und was wegnehmen, wenn ich denke, du... Ja, so Teile oder so halt. Also wenn du weißt, was hier vielleicht Punkte bringt noch extra, die kannst du da. Peter, ich würde sagen, du darfst anfangen. Ja, was mache ich denn? Du suchst dir jetzt... Ja, das ist eine berechtigte Frage. Du suchst dir jetzt einfach ein Paar aus. Also ein... Immer, die hier zusammenliegend sind, ein Landschaftsplättchen und so ein kleiner Token. Was hier in dem Fall sind das Minions. Und hier haben wir noch so Kristalle. Die Kristalle sind am Ende wichtig. Die geben nochmal extra Punkte für bestimmte Landschaftsarten. Ja, du suchst dir jetzt einfach so eine Landschaft und so ein kleines Plättchen aus. Platzierst das Landschaftsplättchen irgendwo hier auf deinem Grid. Das muss auch nicht angrenzend sein. Das kannst du erstmal wild platzieren. Aber es macht halt Sinn, bestimmte Sachen zu berücksichtigen. Diese Höhlen hier zum Beispiel, die wollen eigentlich an Gebirgen angrenzend sein. Das seht ihr hier. Wir haben hier Wasser und Gebirge. Und wenn hier so eine Höhle, die grundsätzlich einen Punkt wert ist, halt an einem Gebirge angrenzt, dann gibt es halt nochmal zwei extra Punkte. Also insgesamt drei. Also so kann man sich da ein bisschen vielleicht daran orientieren. Also dann wird wieder nachgelegt, sodass jeder Spieler eine Auswahl von vier Paaren hat. Und dann geht das immer abwechselnd so weiter, bis wir das hier vollgepuzzelt haben. Ich finde den Sandbogen ganz lustig irgendwie. Ah ja, jetzt hatte ich wieder Dune-mäßig hier. So, jetzt habe ich hier die beiden Sachen und muss als erstes dieses Teil hier irgendwo hinpuzzeln. Genau. Das zählt hier eben noch als Wasser angrenzend auch. Und die Höhle will ja an Bergen sein. So sieht es aus. Die Höhle will in Bergen. Legen wir die jetzt einfach mal hier hin. Weil das ist ja unser Leer. Es ist ja schön, dass wir so eine Höhle haben. Und den muss ich da auflegen? Den musst du. Du musst genau, wenn du so ein Plättchen, so einen kleinen Minion hast, musst du den auf ein Landschaftsplättchen ablegen. Musst du jetzt also gleich dort platzieren. Den kann ich nicht. Den kannst du nicht zu Hause lassen. Aber da will er doch gar nicht hin. Naja, du hast nicht ganz Unrecht. Der fühlt sich am wohlsten in der Wüste. Aber man kann hier sogenannte Banden bilden. Also Reihen von gleichen Monstern. Und dabei müssen sie nicht. Das ist ja eine Bande. Ja, dabei müssen sie nicht. Oder ein Band oder so. Also eine Gruppe. Dabei müssen die nicht auf ihrem. Eine Bande finde ich schon. Auf ihrem Lieblings-Terrar liegen die 10 Minuten. Ich überlege gerade, ob du schon vorsortiert hast. Nee. Weil du jetzt zwei Stapel gemacht hast. Also für dich und für mich sozusagen. So sieht es wie man es aus. Guck mal hier. Ein Vampir. Das kann man machen, wenn man möchte. Oh, Vampir. Ein Vampir. Aber wir haben leider noch kein. Mit einem Pilzland. Wir haben leider noch kein. Genau. Mit einem Sumpf. Mit einem Swamp. Ja, das dieses Pilze-Icon hat. Hm, hm, hm. Ja, jetzt beginnt so ein bisschen schon wieder. Du hast nicht mal das erste Teil gelegt. Dieses, äh, naja, jetzt. Während Alex, wir haben es gebraucht. Ja, ja, naja, jetzt vielleicht ja mal so ein paar Überlegungen. Mein Sandwurm. Wir haben, ja, dein Sandwurm hat da schon mal. Dein Sandwurm ist quasi ein Höhlen-Sandwurm. Dieses Plättchen hier, wie ich ja schon gesagt habe, dieses Kristallplättchen, das gibt es halt von jeder Landschaftsart. Und das zählt halt hier für Höhlen. Da kriegt man halt für jedes Höhlenplättchen am Ende einen Siegpunkt. Und gefühlt möchte ich das Piet nicht überlassen. Gefühlt wollte ich das als erstes nehmen, aber ich dachte, ich nehme erst mal eine Höhle. Das heißt, dieses Plättchen, weil es kein Minion oder Miniboss ist, das kommt erst mal an meinen Vorrat. Das wird auch nie auf so einem Landschaftsteil platziert. Und jetzt habe ich hier mein Goblin-Camp. Sind das Goblins eigentlich? Das weiß ich gar nicht, was das dort in dem Camp sind. Kann schon sein. Von diesem Camp hier, ihr seht hier so einen Banner oben in der Ecke. Da gibt es halt unterschiedliche Banner. Also ich habe jetzt hier ein gelbes. Da möchte ich unterschiedliche Camps sammeln. Also ich möchte jetzt kein gelbes Camp mehr haben, weil dann für ein Set von unterschiedlichen bekommt man dann unterschiedlich viele Siegpunkte. Das lege ich jetzt einfach mehr hin. Ich habe jetzt keinen Minion, den ich dort platzieren kann. Das heißt also, den nächsten Minion, den ich nehmen kann, den kann ich vielleicht sogar dort besser platzieren. Und hier oben haben wir jetzt ein Landschaftsteil hingepackt, was immer quasi dabei ist. Das sind hier diese Dungeon-Teils. Die sind insofern besonders, hier wird auch nie ein Miniboss oder Minion draufgelegt. Das ist immer ein Punkt wert. Und dann möchte man angrenzend, also man kann maximal halt an die vier Seiten, unterschiedliche Landschaftsarten platzieren. Und dann ist das Teil halt insgesamt fünf wert. Das hat insofern auch so einen kleinen Vorteil, wenn man dieses Plättchen jetzt hier nimmt, dann kann man, der Drache, der dabei ist, den kann man erstmal nicht platzieren. Der kommt quasi in den Vorrat. Der will aber auch da, wo der Sand ist. Der will da, wo man ist. Aber, Piet, es gibt ja noch Portale, wie ich gesagt habe. Mit Portalen kann man auch Sachen austauschen. Und das wäre dann die Möglichkeit, wenn du irgendwann mal ein Portal bekommst, das dann vielleicht auszutauschen. Das mache ich doch einfach mal. Ah, das tut ja. Das ist doch gut. Ich hole mir hier so einen Dungeon und lege dann erstmal den Drachen. Dann kommt er nach unten hin. Da passt er super dahin. Und lege den Dungeon einfach mal hier in die Mitte. Das sind jetzt schon zwei Punkte für den Dungeon. Eins für ihn selber. Und weil da so eine Höhle unten dran liegt. Ich glaube, so in die Mitte legen ist vielleicht nicht so gut. In der Mitte legen ist bei einem Dungeon total richtig. Oh, guck mal. Jetzt gibt es hier schon Wüste. Da freut sich mein Wurm. Ja, da freut sich dein Wurm vielleicht. Oh, und da gibt es Wüste mit dem Wurm. Da gibt es Wüste mit dem Wurm. Ich bin aber mal so ein bisschen dabei. Ich hole mir, glaube ich, mal die Wüste mit diesem kleinen Hundekrieger. Das ist eigentlich auch sehr lässig. Diese Clans hier. Das sind so kleine Donnen. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Terrain und meinen kleinen Dude. Den muss ich jetzt auf eines von diesen Plättchen platzieren. Das muss jetzt also nicht mein Wüstenplättchen sein. Und dann kann auch das... Wo mache ich denn meine Wüste? Die Wüste soll ja groß werden. Ich lege die Wüste und klick. Ein Teil alleine ist null Punkte übrigens. Ja, ein Teil ist null Punkte. Das ist vollkommen recht. Ich lege mal die Wüste hier hin und platziere meine Kampfdogge in Kärn. Das heißt, ich darf dir jetzt keine Wüste mehr überlassen? Tja, das ist die Frage, ob das so... Oh, Sumpf. Ist ja hier ganz schön feucht gebietet. Ja, auf jeden Fall. Hier ist es mit dem Studel. Mit dem Portal. Ja, mit dem Studel. Ach, guck mal, da ist schon wieder ein Drache. Ja, aber ich will den Drache nicht in den Sumpf legen. Aber du kannst natürlich ja versuchen, wie gesagt, diese Banden oder halt diese Reihen, Spalten von gleichen Monsterarten zu... Oh ja, man muss auch immer mal gucken, was war denn noch der Revealed-Effekt? Das weiß ich schon, aber ich muss nur wissen, was ich an Punkten mache. Du sagst mir jetzt also, ich will eine Bande von Drachen. Aber du das sagst vielleicht. Ich nehme hier einfach hier unten die Höhle und das Portalsteuer. Ich kriege für Schlösser einen extra Punkt. Da nehmen wir irgendwann mal einen Seher. Und ich baue hier unten einfach die Mine hin. Weil hier ist er an so einem Ding. Und dann habe ich da so einen Drachen. Der will da eigentlich gerne zu Hause sein. Perfekt, perfekt. Also das ist... Ich hätte es fast nicht besser machen können. Guck mal, da kommt schon wieder sowas. Ja, guck doch einer raus. Ja, der sieht irgendwie... Oh, und eine kleine Sumpfhexe. Naja. Ja, doch. Warum ist es eine Hexe und keine Fee? Warum bist du schon wieder so negativ? Warum sagst du, dass Hexen negativ sind? Hexen? Also ich finde jetzt Hexen nicht negativ. Also die Grundgeschichte von Hexen sind nicht positiv ausgelegt. Das sind vielleicht deine Geschichten, aber ich mag Scarlet Witch sehr. Und die macht auch manchmal was Gutes. Nee, die ist jetzt von Rot in Schwarz gewandelt. Das ist nicht gut eigentlich. Und halt auch so einen Wolkenkratzer explodieren lassen. Ein Wolkenkratzer? Das ist ja Pilipper. Alles nur eine Illusion. Natürlich. Okay. Wir machen mal weiter hier. Ich habe nämlich so einen tollen Effekt von meinem Ding. Da bin ich mir irgendwie... Von deinem Ding? Ja, von meiner Oberboss-Cut. Ich bin mir da noch nicht so richtig drüber im Klaren, ob ich das gut verwenden kann. Dann baue ich mal meine Wüste hier weiter aus. Und platziere jetzt auch den Wo mal hin, damit ich meine Kakteen hier oben in der Ecke, dass die nicht überbaut werden. Die Kakteen? Ja, ja, ja. So. Alter Schwede. Wir haben hier auf jeden Fall einige. Eine Höhle. Ja, du hast den... Im Spiel zu zweit... Oh, da ist ein Portal übrigens. Im Spiel zu zweit... Tja, ist hier... Die Auslage ändert sich natürlich nicht so viel. Das ist sicherlich auch noch so eine Sache, die man damit berücksichtigen muss. Da habe ich jetzt jedenfalls nichts gelesen in der Anleitung, dass es da eine extra zwei oder Spieleranzahl abhängige Sache geben soll. Ja. Verstehe. Sollte das sein, dann dürft ihr sagen, Alex hat's... Alex hat's... Alex hat's... Alex ist schuld. Alex ist schuld, genau. Ja, hier kommen Portale sind immer gut, habe ich gehört. Das packe ich hier dann mal auch nach unten. Ich benutze es noch nicht. Und habe hier jetzt eine... Noch eine Höhle. Ich meine, wenn du die... Es sind immerhin drei Punkte. Ja, möglich. Möglich, ja. Also wenn du die quasi bis jetzt hast, du die ja immer gut... Wenn ich überlege gerade, ob ich die hier hinlege oder ob ich die hier hinlege. Das sind die Überlegungen, die es zu... Meistern gibt. Ja, die es zu Meistern gibt, wo man halt immer noch... Wo man noch nicht ganz genau weiß, ob das wirklich eine Überlegung ist, die man jetzt gerade gut anstellen kann oder ob das einfach nur gerade... Oh, guck mal. Unsere Sumpfland. Wüste ist doch nicht mehr so angesagt. Ich wollte eigentlich eine Wüste haben, aber anscheinend darf man sich die nicht aussuchen. Mit Vampir. Einen Sumpf mit Vampir. Einen Sumpf mit Vampir. Oder hier unten eine Höhle mit Sumpfhexe. Aber ich glaube, bevor du noch einen Drachen kriegst, dann nehme ich mal den Sumpf und den Drachen. Seht ihr diese Hate-Rafting-Geschichte? Das bringt einen nicht vorwärts. Ja, das weiß ich nicht. Es gab nichts, was... Wir müssen ja Sumpf mit Vampir nehmen. Na, der Vampir bringt mich ja selber auch nicht vorwärts. Ja. Dafür kann ich nicht. Ich baue jetzt mal Sumpf an Wasser. Baue ich mal hier. Und Sumpf an Sumpf will dann auch noch sein. Und da überlege ich... Ach, ich ziehe jetzt einfach mal den Drachen hier rein. Und gucken wir mal, was... Ich fühle mich schon wieder gemobbt. Guck mal, ist schon wieder ein Sumpf. Ja, toll. Sumpf? Dann eine Sumpfhexe oder ein Drachen? Ein kleiner Kampfhund ist da schon wieder. Ja, den willst du ja haben. Na, nicht unbedingt. Ja. Ich muss die ja auch dann noch in Laien bringen. Also diese Bande-Band zählt halt immer, ja, Spalten oder Reihenweise. Das muss man auch... Aber klar, man könnte den... Für mich wäre wahrscheinlich hier das als Sumpf. Wobei hier leider das nicht ganz optimal ist. Nee, dann wahrscheinlich lieber hier oben. Ach, weißt du was? Wir machen hier mal... Oh ja, reveal mal dein... Ich bin ja so ein... Wer bist du? Porkus? Porkus, der Schweine-Demo. Eieiei, Porkus. Und die Endgeschichte ist, ich kriege einen Punkt für jedes einzigartige Monster oder Miniboss. Minibosse zählen jeweils einzigartig. Das heißt also, jedes Monster ist ein Punkt Mehrwert. Ich will eigentlich auch nicht gleiche Monster haben, aber wenn ich den reveale, beim Draften eines Teils, darf ich alles draften. Ich nehme mir ein Teil und nehme mir irgendeinen kleinen Token dazu. In dem Moment. Ja, das heißt also, wenn wir hier mal in den Markt gucken, ist es relativ einfach. Ich nehme jetzt also diesen... Ich nehme diesen Sumpf und dieses Teil dazu. Ich habe jetzt also einen Sumpf, den ich oben hinlege, mit Sumpfbüro, ne? Nicht schlecht. Gut gemacht. Das heißt... Und ich ziehe dir hier eins nach. Oh. Oh, Schloss mit Vampir. Das bringt zwei Punkte und zwei Punkte für Monster oder was? Das Schloss bringt genau zwei Punkte und wenn dort ein Vampir im Schloss ist. Ja, so ein Zufall. Ja, so ein Zufall. Ich triggere jetzt, glaube ich, auch mal meine Fähigkeiten. Ach, nach, Maka. Ich lese die nochmal kurz durch, ob ich das richtig verstanden habe. At the start of your turn, destroy three tokens on your map. When you draft this turn, take one tie and all the tokens from the market. Mache ich jetzt also einfach mal? Ich bin explodant. Also, wie ist denn das eigentlich? Wir ziehen... Also, es wird immer im Kreis gedraftet. Es geht nicht mal vorwärts und niemand anders fängt mal an, so Startspielermäßig. Nein. Ja. Ich, ja, ich bin quasi selber explodiert. Was bist du denn, Blob? Ich bin so eine Bombe. So eine rennende Bombe. Ja. Jetzt stimmt allerdings. Guck mal, bei mir explodieren jetzt aber drei Tokens. Ja. Die sind jetzt einfach weg, weg, wegexplodiert. Und dann nehme ich mir jetzt also ein Teil und alle Tokens. Zuck, zuck, zuck. Ein Teil und alle Tokens. Und ich platziere mal das Schloss hier hin. Da mache ich jetzt hier einen... Tja. Tja, mach ich das vielleicht... Das Schloss hier hin. Hier mache ich einen Vampir rein. Dann kommt hier wieder mein Kampfhund rein. Dann haben wir hier so ein Wurmi. Und dann mache ich hier den Vampir rein. Mhm. Und was ist deine Scoringfähigkeit? Die habe ich mir nicht verstanden. Meine Scoringfähigkeit? Ah ja, genau. Die sagt ja, das ist dieses Band, diese Fähigkeit. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt... Das hier wäre sozusagen ein Zusammenschluss von zwei Monster. Und zwei Monster würden normalerweise... Wo ist diese... Zwei Punkte oder so. Die Übersicht? Da gibt es irgendwie hier sowas. Rechts unten. Ah ja. Zwei Monster würden zwei... Guck. Zwei Monster würden zwei Punkte geben. Und die Karte sagt aber, für jeden Zusammenschluss, jede Bande, die ein Monster inkludiert, was nicht auf seinem Heimat-Terrain ist. Not ein Matching-Monster. Also das ist ja hier ein Matching-Monster, weil das ist ein Vampir im Schloss. Hier ist es ein Vampir in der Wüste. Das matcht nicht. Und dann würde ich einen Punkt extra dafür kriegen. Also das wären dann drei Punkte statt zwei Punkte. Ah, ganz klar. So mein Verständnis dazu. Mhm. Ja, dann können wir mal hier fröhlich Toten nachlegen. Ja, weil du wieder so radikal warst. Weil ich so eine explodierende Persönlichkeit bin. Explodo! Ja. Nicht zu verwechseln mit Frodo! Exploding Kittens. Ja, zum Beispiel. Oh, guck mal. Was cool ist denn? Ganz viele Sumpfleute. Ja, und Vampire. Mit Blöden. Immerhin hast du einen Portal und kannst Sachen austauschen. Könnte ich. Könntest du. Aber ich brauche noch einen zweiten Summen. Und deswegen nehme ich den hier oben. Und packe den hier mal ins Wasser. Ja, da ist das eine hervorragende Möglichkeit. Auch wieder drei Punkte pro Teil zu scoren. Hast du jetzt quasi gemacht. Und dann sind ja da auch noch deine kleinen Sumpfbewohner drin. Ja. Also auch mal nochmal ein extra Punkt. Also wieder Wüstenteil. Ich glaube, ich bleibe mal bei dieser Wüsten-Thematik. Außerdem gibt es ein Portal dabei. Außerdem gibt es ein Portal, ja. Ja, ich nehme mal hier Wüste und Portal. Portal kommt hier in mein Vorrat. Und dann werde ich vielleicht, weil ich hier nochmal einen Sumpf mache, belege ich mal die Wüste hier rein. Portal und? Portal ist einfach so. Ihr seht hier eine aktive Seite. Dreh ich um. Ich kann ein Portal in meinem Flug, kann ich also einlösen. Und dann kann ich zwei Tokens hier umarrangieren. Wild umarrangieren. Ja, ja, ja. Oh, noch ein Schloss und ein Ding. Das ist ein Schloss. Also ein Schloss kommt mir eigentlich ganz gelegen. Ja, Piet kriegt ja auch noch Glühr. Er hat ja den roten Kristall. Das habe ich ja nicht gesehen. Für Schlechter auch noch ein Punkt mehr Geld. Deswegen lege ich das mal hier hin. Ja, bis jetzt bist du da auch schon gut. Guck mal mal. So, dann gibst du hier ein neues Teil. Willst du dein Portal benutzen? Nee, denk dran, du kannst nicht in einem Zug zwei, drei... Ich weiß, aber ich habe jetzt keinen Vampir oder keine Wüste, wo ich den... Ja, das stimmt. Da hast du voll komplett... Hier, guck mal, ich gebe dir auch einen Sumpfbewohner mit Sumpf. Du gibst mir einen Sumpf? Falls du Spinnen magst. Ja, das ist so. Ja, geht so. Aber prinzipiell, Sumpfbewohner mit Sumpf ist schon noch verlockend. Doch, ich nehme mal. Ich nehme Sumpfvieh mit Sumpfbewohner. Du kannst ja auch ein Schloss nehmen und ein Sumpfbewohner. Ja, das könnte ich auch. Dann kann ich mir den Sumpf und ein Sumpfbewohner. Ja, das auch. Aber dann hast du da auch schon in a row. Aber es gibt auch noch mal. Aber ich kann auch den nehmen. Ach, ich nehme mal den. Verdammt! Sicher, sicher. Wie kriegt der dafür extra Punkte? Ich nehme mal den. Ja, genau. Das Schloss hatte ich extra wohlbekommen und den dritten in die Reihe zurück. Aber was haben wir hier? Das ist ja ganz schön hart geworden. Ein Vampir und ein Wüstenplättchen. Tja, Piet, bei dir ist noch keine Wüste angekommen. Aber man muss natürlich auch nicht. Wir haben... Ja, das ist richtig. Es ist keine Wüste angekommen. Da gebe ich dir recht. Ich finde den Vampir und die Wüste eigentlich ganz cool. Ja, es ist wahrscheinlich auch ganz gut, mir die wegzunehmen. Also ich hätte sonst schon vier Wüsten... Das habe ich gar nicht bedacht, aber ja, das ist... Das hat er... Sagt er, dass er das nicht bedacht hat? Nee. Dann hast du sowas nicht bedacht, würde ich sagen. Das ist richtig. Und damit der Dungeon irgendwie hier noch ein bisschen besser wird. Stimmt. Ja, alleine für den Dungeon ist das ja gar nicht so verkehrt. Zählt ein Dungeon auch für einen Dungeon? Nee, das ist ja kein... Das muss ja ein anderes Teil sein. Und dann wäre der Dungeon ja ein Dungeon. Also unterschiedlich. Aber ich dachte auch, ungerecht ist halt die Angrenzung. Ja, da könnte man nochmal nachgucken. Egal, machen wir nicht so. Prinzipiell bist du ja jetzt... Hast du es ja hingekriegt ohne Dungeon. Von daher. Sumpfi. Wir sehen hier die Sumpfgebiete. Das ist Feuchtgebiete angesagt. Und ein Drachen. Sumpfgebiet und Drachen. Aber ich werde jetzt, glaube ich... Doch, ich nehme jetzt mal das hier. Ich nehme die Höhle und den Vampir platziere ich hier unten. Und die Höhle, die muss ja angrenzend an so Höhlen sein. Lege ich mal... Ich habe hier noch keinen Miniboss gesehen. Nee, Miniboss haben wir noch nicht gesehen. Ach, ich lege es mal hier in die Höhle. Was hat das hier in Zier? Ja, wir wollen einen Miniboss sehen. Ah, ein Camp. Und es ist ein anderes Camp. Das ist natürlich cool. Aber ob es jemals bei mir ankommen wird, ist die Frage. Dann hättest du auch schon wieder vier Punkte. Dann hätte ich, glaube ich, vier Punkte. Ich könnte es euch hier nochmal zeigen. Ein Camp, ein Punkt. Ja, also der Sumpf bringt mir ja noch weniger als so ein Camp. Ich nehme mal den Camp und den Wurm. Weil den Wurm kann ich hier gleich mal platzieren. Du bist so ein Wurm, Pete. Macht es jetzt Sinn? Nee, du hast deine Kreaturen eigentlich recht gut schon noch platzieren. Ich brauche ja unterschiedliche eigentlich. Also eigentlich will ich gar nicht mehr. Nee, du würdest dir halt gerne dann jetzt noch irgendwie... Also zum Beispiel hier noch ein Wurm oder so, dann gibt es zwei Beile. Ja, ja, oder hier hin oder so. Genau, deine Sumpfhexen da, die machen sich schon... Ja, das ist für eine Sumpfhexe zu viel. Ich packe das jetzt... Achso, vielleicht wenn ich noch eine Cave nehme. Einen Sumpf will ich nicht haben. Aber vielleicht will man die Wüste erweitern. Ach klar, da dachte ich... Oder ist das gut? Keine Ahnung. Ey, ich scheine hier nur die Sumpffelder zu können. Hättest du nicht mal alle Heile weglegen? Alle Keile weglegen. Ja, das gibt glaube ich auch jemand, der so eine Fähigkeit hat. Aber die habe ich nicht. Ja, du hast... Also ich sage mal, ich nehme auf jeden Fall Sumpf. Das ist ja auch gar nicht so schlimm, weil du hast ja erst einen. So viel ist schon mal gesagt. Das ist nur die Überlegung. Was möchte ich? Was will ich haben? Wen und was will ich haben? Kann ich auch blind von oben ziehen, würde ich denn so machen? Ne, ich glaube, du nimmst immer aus der Auslage. Ja, das sagt es so. Hätte ich mir doch den Drachen genommen, wenn ich so meinen Baustil angucke. Jetzt könnte ich, wenn ich den Hund nehme, könnte ich hier den Hund... Ich meine, ich kriege ja auch immer noch einen extra Punkt für nicht richtig. Also wenn in meiner Bande auch ein nicht passendes Kombination ist. Ich könnte also hier diesen Kampfhund hinlegen. Zum Beispiel... Du kannst den Kampfhund auch auf den Sumpf legen, wenn du den Sumpf da nach oben legst. Ja, das stimmt auch. Ja, das stimmt auch mal. Aber ich hatte hier, lege ich da noch eine Hexe. Also hast du beide Optionen. Ja, 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 ja. Allerdings, ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht, weil die, wenn die richtig liegen, geben die ja auch einen Punkt. Ach, ich nehme mal die Spinnenhexe hier einfach, lege die hier hin. Nachdem mir alles weggenommen worden ist. Nachdem dir was weggenommen ist? Nachdem mir alles weggenommen worden ist. Alles weggenommen. Ja, da hast du den ganzen Drachen weggenommen. Drei Flättchen. Wie, hier ist doch ein Drache. Hier ist doch ein Drache. Also kennt ihr... Also ich weiß nicht, welchen Moment Piet meint, an dem ich ihn alles weggenommen habe. Aber vielleicht wisst ihr, wann das passiert ist. Wüste, nicht schlecht. Mit Würmchen. Und nochmal eine kleine Sumpf. Neh, nehm ich mal die Wüste und die Sumpf wechseln. Tu das. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt nächstes gleich wieder einen Sumpf aufdecken werde. Ich bin jetzt interessiert, da legst du die da hin. Was ist dein Masterplan? Meinen Sandwurm zu verschieben irgendwann, der hier unten sitzt und nichts bringt. Okay, verstehe. Ja, klingt gut. Hoppala. Hoppala. Und immer noch kein Minibus. Guck mal, ein Schloss. Guck mal, ein Schloss. Was willst du jetzt noch haben? Ein Sandwurm? Ein Sandwurm. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt, glaube ich. Ein Schloss. Vielleicht kriegt man auch nochmal ein Vampir. Oder noch ein Sumpf. Ich meine, ein Schloss und ein Vampir sind vier, aber ein Sumpf mit einer richtigen Sache sind auch vier. Hm. Hm, hm, hm. Das ist eine gute Frage. Ich nehme den Schloss mit dem Rum. Und ich werde das Schloss auch mal... Oh, noch eine Wüste. Jetzt lassen wir mal hier hin. Wüste mit? Oh, mal. Den Sandwurm als Schloss habe ich hier hingelegt und den Sandwurm lege ich mal ins Sandwurmhäuschen. Das ist jetzt nicht so der Plan. Oh, Wüste. Mit Wüste in Summa, ja, oder? Das ist doch fast ein... Guck mal, hier ist so eine Sarnackgrube. Ja, auf jeden Fall ist er fast ein No-Brainer. Hast du da auch? Guck mal, da auch. Ja, da wird auch hingelegt. So, jetzt mal hier. Was denn? Wir haben... Ich habe ja nur noch eine Runde. Willst du dein Portal benutzen jetzt? Ja, würde Sinn machen. Weil die sind ja keine Punkte am Ende wert, oder? Hm, nee. Dann benutze ich einfach mal eins und schiebe hier diesen Wurm in dieses Dorf. Hm. Genau, das kann man machen. Obwohl, dann ist er... Also hier wäre er zwei Punkte wert, ne? Ach, ich schläge den hier einfach drauf. Na, da ist er ein Punkt, weil er das Terrain matcht und ist dann in dieser Verbindung und in dieser Verbindung dann... Na, da ist er vier Punkte wert und hier wäre er... Vielleicht kriegst du ja auch noch einen Wurm, den legst du... Vier Punkte wert. Den legst du da rein, ne? Also, gehüpft wie gesprungen. Ich denke auch. So. Uh, noch ein kleines Camp. Ich glaube... Mr. Camp. Mr. Camp. Ich glaube, das Camp ist meins. Camp und ein Vampir. Das nehme ich auf jeden Fall. Das nehme ich auf jeden Fall. Scheiße, ich hätte doch... Nimm doch mal einen Sohn. Nimm doch mal einen Sohn. Ja, damit wir auswärmen. Ja, nee, aber ich brauche den Vampir. Ich brauche den Vampir. Das Camp lege ich hier rein. Und den Vampir lege ich natürlich hier rein. Wäre der geiler gewesen, wenn ich den... Aber habe ich nicht gemacht. War ein Fehler. Ich hätte jetzt gerne einen Miniboss. Oh, da gibt es nochmal einen Camp. Ja, kannst du... Fühl den Miniboss, Piet. Fühl ihn. Fühl den Miniboss. Ja, vielleicht. Ich bin aber kein Force-User. Nee. Nee. Können wir bei diesem Luke aus dem Beutel bestätigen. Also der bringt mir einen Punkt. Den Rest habe ich schon. Sumpf in die Ecke legen finde ich Unsinn. Und ich kann den Wurm wenigstens hier in die Reihe legen. Dann bringt er mehr Punkte. Ich nehme das hier. Und lege das hier hin. Und den Wurm halt bin das andere. Mhm. Nur weil er mir den Drachen weggenommen hat. Ich wollte hier schön eine Drachen reinbauen. Nochmal nein. Jetzt seht ihr das schon wieder. Das Mi, Mi, Mi. Das Weinen. Seht ihr diese Träne? Die kleine, die da runtergelaufen ist gerade. Die Schweineträne. Die Schweineträne. Die Porkustier. Ja, kriegst noch einen Sumpfbewohner. Eine Sumpfhexe. Und so ein Drachenhort. Ja, leider habe ich, ist hier nur Wasser angrenzend. Aber Höhle gibt mir immer einen extra Punkt. Macht glaube ich, aber der Sumpf selber ist das auch. Der bringt ja zwei Punkte und das bringt mir auch zwei Punkte. Da geht es denn fast eher um die Sachen, die man kriegt. Zum Glück ist kein Vampir drin. Ja. Aber da ist noch so ein Sandwurm für dich vielleicht. Da ist noch so ein Sandwurm. Oder du nimmst hier einen Sumpfbewohner und hast dann hier auch zwei mit nicht treffendem Feature. Oder kannst den nehmen, dann hast du da auch zwei. Tja. Also die Welt steht hier offen. Die Welt ist, also es ist... Am Ende ist es wahrscheinlich ein Punkt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du genau, hast du da vollkommen recht. Da bin ich bei dir. Da kann man auch ganz genau ein Schloss bekommen, was mir ein extra Punkt gibt. Ich nehme mal das Sumpf und den Typen hier und platziere das hier und den Kleinen hier in sein Camp, damit er sich wohlfühlt. Damit er sich wohlfühlt. Und wäre das gedacht, jetzt ist alles voll gepuzzelt hier bei uns. Ja. Und... Gibt es das Ende? Ja, das Ende, ja. Es ist... Ja, was ist das Ganze? Ich fühle mich so ein bisschen... Ganz schmerzlos. Kann man nochmal umdrehen? Nochmal kurz flippen? Kurz zu sagen. Genau. Und dann... Oh, verdammt. Und dann haben wir jetzt hier den Wertungsblock hier in dem oberen Bereich. Ich gebe hier mal ganz kurz... Ich schreibe hier einfach mal Alex und P. Du bist aber Spieler 2. Ach, bin ich das? Ich habe angefangen. Egal. Guck mal, das Gute ist, bei meiner Handschrift kann man hier daraus noch ein A machen. Und das könnte auch ein P sein, wisst ihr? Jetzt ist es eher so AP. Das trifft da auch ganz richtig. Also P der Alex. Wir haben hier als Terrain... Das kann man theoretisch schon vorbeschriften. Aber wir haben also... Einmal haben wir Sumpf. Dann haben wir Wüste. Dann haben wir Schloss. Dann was hatten wir noch? Wir hatten Camp. Kann alles keiner lesen. Da ist ein Kapp. Camp. Und dann haben wir den Dungeon. Der Dungeon ist immer mit bei. Der Dungeon ist immer mit bei. So sieht es aus. Piet, dann gucken wir doch mal ganz kurz bei dir. Thema Sumpf. Du hast ein, zwei Sümpfe. Die sind jeweils an einem Sumpf und an einem Wasser. Das heißt also, drei sind also insgesamt sechs Sumpfpunkte. Verrückt. Stimmt. Die Monster kommen später, oder? Das stimmt. Ja, die Monster kommen... Ah ja, Matching Monsters. Matching Monsters. Matching Monsters. Das ist dann eher so ein Tinder für Monsters? Ja, vielleicht ja möglich. Match das Monster. Ich habe hier auch diese zwei Sümpfe. Wie bei... Habe ich hier abgeguckt, Piet? Ja, das ist das Sümpgebiet. Aber meine sind... Das sind sechs Punkte und dann gibt es nochmal für diesen Sumpf hier zwei, sechs, sieben, acht Punkte. Da geht er in Führung. Da geht er zwei Punkte in Führung. So, Wüste, Piet. Wüste, wie sieht es bei dir aus? Drei Stück. Sechs Punkte. Drei Stück? Eins, zwei, drei. Ja, sechs Punkte. Das würde ich auch sagen. Von der Tabelle da abgeleitet. Sechs Punkte. Und bei mir, ich habe auch eins, zwei, drei, also auch sechs Punkte an der Stelle. Dann immer noch zwei Punkte im Vorsprung. So, dann jetzt Schloss. Da gehe ich direkt ins Hintertreffen. Ich habe ein Schloss. Du hast ein Schloss mit Vampir. Mit Vampir. Das sind also vier Punkte. Schloss mit Vampir sind vier Punkte. Das ist übrigens dann so, du kriegst aber dann trotzdem nochmal bei den Matching Monsters nochmal einen Punkt, weil das matcht. Also, das darf ich gar nicht vergessen. Also, vier Punkte für Piet. Und ich habe eins, zwei, drei Schlösser. Dreimal vier. Oder? Ja, doch, wahr? Ja, das sind zwölf. Dreimal vier Schlösser. Mit einem Vampir jeweils drin. Also, zwölf Punkte. Dann Thema Camp. Zwei Stück, vier Punkte. Zwei Stück, vier Punkte. Genau, zwei unterschiedlich. Einmal ein lila und ein schwarzes Camp. Was ja auch ganz nett ist, ne? Mit diesen Symbolen hier. Thema Farben nicht so richtig auseinanderzuhalten. Vier Punkte für Piet. Und ich habe genau das gleiche auch hingekriegt. Eins, zwei Camp unterschiedlicher Zugehörigkeit. Also auch vier Punkte. Und jetzt, was ich schon mal sagen kann, ich habe keinen Dungeon, Piet. Ich habe einen, der bringt fünf Punkte. Du hast einen, der bringt fünf Punkte. Das klingt jetzt nicht so wie zwei Punkte. Nee, nee. Ach nee, weißt du, was ich falsch gemacht habe? Der Dungeon selber ist ja, der Dungeon ist hier unten. Was haben wir denn noch für ein Terrain vergessen? Höhle. Die Höhle haben wir vergessen, siehste. Also hier, Entschuldigung. Das ist das Dungeon und jetzt kommt Höhle. Der Dungeon ist hier. Na komm. Achso, meinst du, der denn schon... Ah ja, dann machen wir hier wieder. Ich leite da den Dungeon durch. Ah, dann kommt hier die Höhle. So, Piet, Höhle. Jetzt wollte ich dir das, was du am meisten gefühlt hast. Natürlich. Ja, nochmal kurz. Eins, zwei, drei Höhlen anbergen. Drei Punkte pro Höhle sind neun. Ah, sind neun. Neun. Also Piet bekommt hier neun Punkte. Und was ich beim Rübergucken hier natürlich gesehen habe, was wir nicht vergessen haben, Piet, du bekommst noch einen Extrapunkt für dein eines Schloss. Das kommt später. Beim Crystal. Ah, du hast recht. Ja, du hast recht. Aber nicht, dass du es vergessen. Nee, dafür gibt es ja... Man arbeitet die Liste, die ist von oben nach unten drunter. Ja, theoretisch. Ja, ich habe zu Recht. Aber ich habe ja auch hier... Ja, ja. Am Ende gewinnst du, weil du wieder... Ja, wer schreit. So sieht es aus. So sieht es aus. Ich habe eine Höhle. Eine Höhle am Gebirge. Also drei Punkte da an der Stelle. Also habe ich jetzt sechs, elf Punkte mehr? Habe ich aufgeholt? Weiß ich nicht. Du darfst... Du, warte. Also wir sind hier bei 20, 25, 34. Das ist das Teilscoring hier, Teilscoring, wenn ich das richtig sehe. 20, 30, 33. Guck mal einer an. Die ist überholt. Einen kommt überholt. Also hei, 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 hei. Minibosse, da sind wir uns einig. Gab es nicht, ne? Gibt es in diesem Spiel nicht. Gab es in diesem Spiel nicht. Aber wollen wir mal gucken, damit wir euch mal kurz zeigen, wie könnte so ein Miniboss aus... Oh, Alter. Da ist er mich gerannt. Ja, der war... Weißt du, warum es keine Minibosse gibt? Ja, genau. Aber guck mal, wie viele Plättchen wir nicht gezogen haben. Nee, aber mein Boss basiert auf Minibosse übrigens, ja. Sehr gut. Was hättest du denn bekommen? Wirklich? Ja, jeder Miniboss ist einer als eins mehr wert. Ehrlich. Und zählt als einzig an. Du hast ungünstig gezogen. Hier, Piet. Ah ja, das tut mir natürlich leid. Das wären die Minibosse gewesen. Ich finde, es wird immer besser hier, das Spiel. Das Spiel ist erst richtig gut, wenn man es mit Piet spielt, der das Monster mit den Minibossen wählt und man die Minibosse nicht reinmixt in den Tugback. Piet, guck mal. Das wären die Minibosse. Guck mal. Hier ist der Nummer. Ja, also Minibosse haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Du, wir können das ja so machen. Wir scoren einfach. Ich score auch nicht meine Sieg-Ende-Bedingung. Dann haben wir nur eine Revier-Bedingung gehabt. Aber das können wir mal gucken, ob das... Ja, aber gut, dass wir noch mal ein Setschen geguckt haben. Ich hätte das auch gar nicht... Habe ich schon die ganze Zeit gewundert. Aber ich meine, guck mal, wir haben ja wirklich viele Tokens auch nicht gezogen. Also das hätte immer noch sein können. Ja, aber ich habe immer gehofft, weil die halt immer einen Bonuspunkt geben. Ja, die Hoffnung, wa? Und sowas. Und dann wirst du einfach beschissen. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, sehr gut. Also, wir machen mal weiter. Crystal. Ja, ich habe einen Schloss, einen Punkt. Du hast ein Schloss, einen Punkt. Und ich habe eine Höhle und einen Punkt. Also die Kristalle haben wir richtig gut rausgekommen. Du hast es ja mal hell getraftet bei mir. Also, da kann man mal sehen. Teile weggetraftet. Dinge nicht eingemischt. Und trotzdem hat es nicht einen Punkt mehr, wa? Muss man sagen. Weil ich ja ein schlauer mit der Overboss bin. Versuch habe alle. Aber ich meine, das ist Boss-like, oder? Also, wenn man hierher kommt und das Spiel schon vorbereitet ist, da solltest du auch passen. Genau, wie bei Magic. Hast du gemischt, ja, zu Hause. Ja, genau. Ich habe alles, die ersten fünf Karten. Also, jetzt hier, Matching Monsters. Matching Monsters. Piet, gucken wir mal bei dir. Matching Monsters ist ein Punkt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 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 Nicht schlecht. Sieben Punkte für Piet. Und bei mir Matching Monsters. Matching, genau. Da sind wir hier bei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Matching Monsters. Jetzt ist ein Schei. Und jetzt kommen wir hier zu diesen Bands, zu diesen Zusammenschlüssen. Ja, gehen wir erstmal so durch. Hier oben sind es die Sumpfbewohner. Es sind drei Sumpfbewohner, sind fünf Punkte. Eins, zwei, drei. Ja, aber die müssen ja angrenzend sein, Piet. Das hat mir keiner gesagt. Achso, ja. Entschuldigung. Ich dachte, das war klar, als ich meinte, in einer Reihe oder Spalte. Hier in diesem, wir zeigen es euch nochmal. Siehst du, jetzt. Ja, in der Reihe oder Spalte hast du gesagt. Und nicht angrenzend. Ja, okay. Sorry, Piet. Hier in diesem, habe ich dir nicht auf das Bild gezeigt? Guck mal, siehst du hier. Nee, hast du nicht. Ja, Monster that are placed on their matching terms. Each matching monster on your board is worked up. Wobei, all Monsters, Token of Icon, steht da angrenzend? Ich sehe jetzt straight line. Keine Ahnung, was das straight line ist. Naja, straight. In dem Beispiel hier ist halt nichts dazwischen. Aber dann ist es ja auch keine Band, wenn da nichts zusammenstehen würde. Ja, aber du hast uns ja gerade eines Besseren belehren wollen. Du kannst aber, Piet, wenn du möchtest, du hast ja noch ein Token, du kannst ja noch einmal dein Portal benutzen, wenn du da jetzt noch irgendwas changen willst. Wo mit dem zum Beispiel... Ja, da hätte ich ja hier auch weniger Punkte gekriegt. Einen, ja, einen Punkt weniger bei deinen Matching Monsters. Ja, aber... Aber drei in einer Band, also drei in einer Band, drei in einer Band sind fünf Siegpunkte. Zwei sind zwei, drei sind fünf, vier sind sieben. Dann mache ich aus fünf... Ja, das ist... Aber das ist egal, weil das sind ja jetzt hier drei. Wenn du das änderst, ist das... Kommt das auch... Nee, dann sind das hier zwei, hier zwei. Dann sind das halt jeweils vier Punkte. Und so sind es halt nur einmal fünf Punkte. Wenn ich die aber tausche, dann sind die halt irgendwie zwei Punkte mehr. Dann machen wir das einfach. Ist ja egal. Achso, dann verliere ich auch wieder einen Punkt. Ihr seht, das ist alles nur Finkmeerfuchserei. Aber ich mache das ganz einfach mal. So. Dann habe ich hier das Portal benutzt. Dann kannst du mir noch einen Punkt abziehen hier bei den Matching Monsters. Das heißt, bei den Matching Monsters... Das ist immer schön. Wir lernen hier mit euch zusammen. Sech mal. Also, bei deinem... Ich war beim ersten Spielen. Eins, zwei, drei. Das sind also... Das sind fünf Punkte. Genau. Dann habe ich hier zwei Sandwürmer. Das sind zwei Punkte. Also, sieben Punkte. Hier unten ist nichts. Dann habe ich hier zwei Sandwürmer. Das sind dann neun Punkte. Und hier zwei Sandwürmer. Das sind dann elf. So sieht das aus. Bands. Bands of Brothers. Elf Punkte für Pete. Wie sieht es denn bei mir aus? Ich habe hier drei Vampire zusammenhängend. Machen wir... Scoren wir? Wir lassen jetzt unsere Endpunkte mal weg. Das kommt doch auch später, oder? Nee, das... Doch. Hier, Boss-Score steht auch da. Ah, okay. Boss-Score. Ah, okay. Ja, verstehe. Ja, dann nehmen wir es nochmal auseinander. Eins, zwei, drei. Das haben wir gesagt. Das sind fünf Punkte. Fünf Punkte. Nochmal plus zwei Punkte sind sieben Punkte. Plus zwei Punkte sind neun Punkte. Plus zwei Punkte sind elf Punkte. Kennen wir irgendwo her. Ja, kennen wir irgendwo her. Elf. Na dann. Token-Score. Token-Score. Token-Score? Gibt es noch andere Tokens? Gibt es noch mehr, von denen ich dir nicht erzählt habe? Das ist Teil-Score, Token-Score. Da hat der Pete also 18. Achso, man rechnet erst die zusammen und dann rechnet sobald das die zusammen. Okay, dann gibt es den Boss auch nicht. 18. Ja, der Boss ist bei den... Keine Ahnung, wo der Boss ist. Mini-Boss ist. Achso, du meinst, ja. Diese Endwertung, die wird, glaube ich, an der jeweiligen Stelle mit reingerechnet. Achso, total sind dann einfach nur die dreifarbigen zusammen. Okay. Okay, dann habe ich also 18, ja. Genau, 18 und ich 21. Und jetzt ist die Frage, das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, Pits Boss-Score hätte ja auch Mini-Bosse abgezielt. Ja, ich kriege einen Punkt pro einzigartiges Monster. Ah, achso. Plus Mini-Bosse. Ah, okay. Mini-Bosse kriegen halt einzigartig. Also, wir können das trotzdem werten. Wir können das wirklich so halten, wenn kein Boss gekriegt wird. Naja, eins, zwei, drei, vier verschiedene Monster kriege ich vier Punkte. Sondern das ist halt nichts. Wir werden gleich mal gucken. Ich denke nicht, dass ich mehr Punkte da kriege in dem Bereich. Ja, doch, ich soll hier plus eins für jede Band. Die auf einem anderen Terrain ist. Aber das heißt, diese Band, dafür bekomme ich einen Punkt, weil der Vampir, ich würde sagen, nicht. Das ist also ein Punkt. Das ist eine Band, die ist auf dem richtigen Teil. Das ist eine Band, die ist auf dem richtigen Teil. Das ist eine Band. Ich bekomme nur einen Punkt. Aber warum? Na, weil das nun mal so ist, Pien. Achso, weil, aha. Ja. Hättest du mal. Seht ihr, da wollte er schon wieder weinen. Wir machen so ein T-Shirt. Mach mir mal Mimimi-Piet. Mach ich mir. Den Mimimi-Piet. Den Mimimi-Piet. Und, ja, weil die Fähigkeit ja wirklich nur sagt, for each Band on your map, that includes no matching monsters. Ich glaube sogar, nicht mal den einen Punkt würde ich kriegen. Deswegen habe ich die Fähigkeit nicht verstanden. Weil dann würde es no matching monsters. Da müsstest du ja immer, da müsstest du ja immer nicht matchen. Ja, aber das ist ziemlich richtig kacke. Vielleicht ist das wirklich nur, welches einen no matching monsters. Wir haben ja gesagt, wir spielen das so, wie du es gesagt hast. Also, das würde dann irgendwie gefühlt noch mehr Sinn machen. Und auch hier habt ihr jetzt gesehen, hat mir das nur einen Punkt gebracht. Aber es ist ja auch vollkommen legitim. Also, das vielleicht nochmal an der Stelle. Gibt es bestimmt eine Ratsatzung. Möglich, möglich, möglich. Das heißt also, ich habe hier 33 plus 1 sind 34 plus 21 sind 55 Punkte, Piet. Und was hat der gute Piet? Mehr. Mehr. Zwei Punkte mehr. Nochmal. Was hast du dir? Ja, du hast gesagt, ich soll das Portal benutzen. Ja, ist doch richtig. 57 und 55. Ohne alle Versuche. Also, keine Boxmonster mit dem Portal kontert es sich nochmal hin und her. Ja, ich wollte ja auch eigentlich, dann hätte ich wirklich diesen schönen Drachen nehmen können. Du wolltest den Drachen nehmen, ja? Und nicht so eine Schweinefresser. Wir können euch ja kurz nochmal zeigen, was ist hier Kasana, so ein Genie irgendwie. Einfach nur mal vom Artwork. Also, wenn es auf diese Pixel-Grafik natürlich steht, das ist schon ziemlich cool. Cleopatra, King Krog. Der hätte wirklich sechs Punkte gebracht. Ja? Ja. Na gut, aber auch nur mit zwei Punkten mehr gewinnen. Ja, ja. Killer. Wie ist es denn so? Belladonna. Das ist ja so die Bloodborne-Fraktion. Remove a Token from your map, then draw three random Token from the bag and choose one to place on your map or layer. Der wird geopfert einfach. Und hier der... Ich weiß nicht mehr, was er macht, aber ich fand den lustig. Und das war mein anderer? Dein, ja, der goldene Drache. Das ist schon auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Auf jeden Fall. Und von den einzelnen, unterschiedlichen Sachen, wie gesagt, wir haben jetzt vier, ne, fünf Geländearten nicht verwendet. Der Danken ist halt immer dabei. Wir machen das einfach mal. Wir können das ja hier mal so reinziehen. Das ist hier so das Inlay. Wir haben also einmal Wälder. Mehr Wälder, mehr Punkte. In Graveyard. Da gibt es unterschiedliche Punkteanzahlen. Der ist hier zum Beispiel drei Punkte wert. Dann gibt es halt welche, die sind nur ein oder zwei Punkte wert. Und wer die meisten hat, kriegt nochmal Bonuspunkte. Das haben wir jetzt im Zweierspiel nicht so. Dann haben wir hier die Wolkenstädte. Die sind sieben Punkte pro Teilwert, aber minus einen Punkt pro Nichtwolken statt Art auf dem Brett. Dann haben wir hier so einen Beschwörungszirkel, ist das Wort. Und da kann man irgendwie Tokens tauschen oder pro Token, den man bewegt, kriegt man einen Punkt irgendwie. Ja, ich glaube, du tauschst aus. Und die Vulkane, wenn die gelegt werden, zerstören die alle kleinen Tokens auf deinem Brett. Angrenzend, glaube ich. Angrenzend, oder? Have base value four points after placing a Vulcan on your map. Return all bordering monster or mini-boss Token. Alle, die angrenzend sind. Also dann musst du so eine Vulkan-Becke bauen. Ja, wie man sieht, nicht so hirnschmalzig wie Calico. Ja, ja, ja. Es ist auch echt so ein Ding. Hat man da manchmal so viel Entscheidungsmöglichkeit, nimmt man einfach irgendwie nur ein Teil. Klar, so die Fähigkeit mit dem Reveat. Es gibt noch einen weiteren Advanced-Modus, den man noch dazu nehmen kann. Und zwar sind es hier noch advanceder. Die Super-Mini-Boss. Die Super-Mini-Boss. Nein, nein, nein. Also einmal kann man, die gibt es hier so Terrar-Karten, um das einfach auszulosen. Falls man jetzt irgendwie das auch mischen will. Und dann haben wir aber hier solche Command-Cards. Die gibt es in unterschiedlichen Intimidate, Overthrow. Ich sehe noch sowas. Und Demolish. Und da geht es dann immer, wenn man diese Pattern hier legt, dann kann man die triggern. Und dann kann man bestimmte Sachen machen. Da werden dann nochmal Sachen zum Beispiel verschoben oder irgendwie ausgetauscht, umgedreht. Das habe ich mir jetzt erstmal noch nicht weiter angeguckt. Aber es könnte vielleicht auch nochmal eine Prise da reinbringen. Aber ob das Ganze dann dadurch extraordinary wird, wage ich mal zu zweifeln. Ja, am Ende sind es dann zwei, drei Punkte. Das heißt aber auch, dass man immer darauf achten muss, dass der andere wirklich puzzelt. Weil wenn ich dir jetzt alle Wüsten gegeben hätte, dann... Ich glaube, das ist schon... Ja, also hätte ich dir da noch mehr Sachen überlassen und du mir vielleicht auch die ein oder andere sagt, klar, man kann das nicht immer verändern. Kommt auch ein bisschen drauf an. Ich habe auch das Gefühl, durch diese Auslage hier, weil die jetzt im Zwei-Personen-Spiel sich natürlich nicht so dolle gemischt hat, dass es schon, wie gesagt, das Ganze geht ja bis zu fünf Spieler, da nochmal ein bisschen interessanter ist. Also das mal in einer Fünferpartie vielleicht. Vielleicht spielst du auch einfach mit zwei Leuten mit weniger Teilen von den Sumpfen. Weil wenn hier nur vier Sumpfe liegen, dann hast du ja auch pech. Also wir haben uns ja jeder zwei geholt. Danach war dann so, ich will gar keinen mehr. Ich will gar keinen mehr, genau. Also hätte man die hier unten hingelegt vielleicht, dann hätte sie die ja so rumgelegt. Aber ja, schlecht sind sie nicht. Muss man halt schauen, was man so hat. Ist auf jeden Fall ganz süß. Kann man mal so drüben durch mal spielen. So als Abzacker oder ähnliches. Kann man auch mit der Familie spielen und muss halt nicht denken. Das stimmt. Wie baue ich jetzt um das A rum mit unterschiedlichen Farben und Texturen? Das stimmt. Ich glaube, wenn die Family mit in diesem Fantasy-Universum mitmacht, dann ist das sicherlich auch ein nettes Familienspiel von der Sache her. Wo man auch einfach vielleicht nur so mal ein bisschen rumpuzzelt. Habt ihr das jetzt euch nicht besorgt oder nicht gebackt? Ich glaube, ich habe da auch erstmal nichts unbedingt verpasst. Also gerade im Bereich von Puzzle-Teiling-Games gibt es mittlerweile sicherlich schon einiges. Und seid ihr jetzt da voll drauf hängen geblieben auf dem Artwork? Ist das auch legitim? Ist ja schön. Also warum auch nicht? Ja. Okay, Pete. Du bist, wie ich fast schon vermutet habe, einfach der Oberboss. Jetzt haben wir das aber mal... Jetzt haben wir das hier mal auf Band quasi. Metal, mein Freund. Pete, ja. Pete ist der Oberboss. In diesem Sinne. Wir werden jetzt noch ein bisschen mehr Bosheit verbreiten. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Bis zum nächsten Mal.